Das ist jetzt, wir glauben nicht an dir. Nein! Das Auto muss wahrscheinlich ein Räumen reingraben, oder? Wahrscheinlich, aber so ist es lustiger! Fick dein Auto. Mach dein Ding weg. Ja, seist du! Boing! Wieso mit der Kuh? Die in Schaukel hat... BÜ你們! Es hat weitere Sound-Effekte. Einfach eine fucking Kurve gerade. Was? Softe alle Mähen... Ok... Was? Was? Ah, mit dem Auto! Aber... Wieso...wieso hast du...wieso hast du gezeigt bei mir? Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit des Spiels... Aber... Scheiss, Dreck, Josch, nimm auf, das kriegst du ordentlich vernünftig hin. Du hast noch einen Schlag, geht doch. Beherrsch dich. Auf jeden Fall musst du irgendjemandem random 5 Franken geben. Einfach dann... Ich muss schon wieder Katzen umbringen. Aaaaaahhhhh. Und wieder ein 5er. Ich zähl das ab jetzt. Du Gigu. Wieder ein 5er. Ich frage mich, ob es überhaupt... Uuuuhuh. Wir haben es gegen händiger geschafft. Ich frage mich, ob es eine gute Idee ist, das Auto überhaupt zu erreichen. Wenn wir das durchziehen, würdest du nur wegen der Aufgabe schon Sauviel Geld verlieren! Ja, aber ganz ehrlich, dann kann man auch sagen, äh, wäh! Dann kann man auch sagen, hey, äh... äh... hmm... Lars für ein Auftrag, den ich dir geschickt hab. Ich hab den... selber... WHAT??? ok das muss ich aufnehmen da würde endlich mal das Zeug wahr werden unsere Video Titel würde wahr werden wenn Marcel mit macht da hat Marcel so autorität mhm fucking hell Nein.. bin ich der.. AAAAAAAAAAAAAAAA What?! Jo-wieso sollte er sich umbringen.. Schau ihn mal an! Es ist sowas so.. Hmmm.. Die Kamera kannst du bitte die Box vor mir weg Sprengen. Ich denke Flo wird irgendeine guten bösse Mechaliker. Ein guter Bösewicht, habe ich gerne gedacht. Ja, das stimmt. Ein Bösemechaniker ist super. Jemand kommt zu ihm her und sagt ihm, das Radion dreht nicht mehr so rund. Ja, Schnauze sind mir doch nicht. Du dreht nicht mehr so rund. Du dreht nicht mehr rund. Ich weiss nicht, wie es geht, aber ich liebe es. Oh man, das Spiel ist wirklich super. What the fuck? What the hell? Lars, erklär mir, wie es geht. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe ihn dann gewonnen. Ah, das ist die Super Mario Odyssey Stage-Verwandlung. Ich habe das fucking one-shotted. Aber das Zeug ist wirklich... Weißt du, wenn du es so anschaust, du spielst es so verdammt kreativ. Mhm. Welches? Aber das habe ich auch schon im Moment gespielt. What the Golf heisst es. Es hat hinten und vorne nicht mehr viel mehr mit Golf zu tun, aber... Ähm, ja. Du musst früher ja... Aber es ist auch okay. Tut mir leid. Kesting. Wir sind alles Menschen. Wir akzeptieren. Du hättest einfach in der Mitte machen können. Ich weiss. Aber weiss, wieso wir es nicht machen? Weil du scheisse bist. Du da. Oh scheisse, schau mal, was ist denn das? Um, hm, hm. Scheisse, gell? Mann. Ja, stell mich doch mal ein bisschen mehr an. Nein. Guck mal. Easy. Easy. Einfach EZ, Junge. Aber nein. Was? Ah, du musst seitlich die ganze Zeit. Siehst du, EZ einfach. Ganz einfach. Ey, Bro, das Teil macht... Wow, der Schatten. So. Ja, wow. So. Ja, du hast ja gesehen kein anderes, aber nicht so. Ja, ähm, er versteht es halt einfach nicht. Er ist ein bisschen schwierig, der Junge. Es war wirklich ein Big Brain Move. Ja, das ist wirklich ein Big Brain Move gewesen. Man nennt das... Bürgerass. Ah, das ist schlecht. Josh macht einfach einen auf Bruce Jenner. Er fährt einfach die Leute. Und da sage man, ich sei ein Fable Scheisse. Also, hm, hm, hm. Deja vu. WTF ist das überhaupt gewesen? Also wirklich, joo. Sissi würde ich bitte aufhören. Weisst du, alle schreien dich an und Sissi sind leise vor sich hin. Ja, ich weiss. Das ist Asperger. Ah, was ist das denn? Ah! Sissi! Ja, du kannst nicht Autofahren. Ich kann schon Autofahren, doch. Luda, jetzt passen wir schon mehr. Luda, das ist doch der Traum von jedem Holländer. Wir können Autofahren. Hahahaha! 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 Du bist zu tiefen, geht ab! Hahahaha! 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 Das ist der Traum von jedem Holländer. Ein saustfahrendes Velo. Hahahaha! Deja vu! Das Worte zusammen zickzack ergeben haben. Mhm. Ist dir nicht aufgefallen? Wer hat die Klappe? Doch! Zickzacks, ja. Wieso zum Teufel spiele ich jetzt auch... Mhhh... Hahahaha! Hahahaha! Mann, Josch komm schon! Du musst doch als... Du musst doch als... Ich pisse... Und du Papstiger! Ich pisse sehr gerne Josch an mit... äh... mit der... mit der Aussage. Ich habe keine Ahnung. Ausser du meinst den... Dings. El dettes. Eben der Poffrezilla. Also der Poffreatto ist von Holland. Ich wünsche, ich könnte jouwählen. Ich wünschte, ich könnte sie finden. Ich finde es schön. Ich will sie als Kind kennen! Ja, ne? Ja! Das ist Sparta! Soll ich's gut gucken? Ey, haut der Luft mit dem Steam-Ding! Das passt super zu dem! Nein, das passt nicht zu dir, da du immer noch ein aufstrebender Autofahrer bist und damit lernen musst, eine Pässefahrt, wo Schluchten sind, mit einem Flipping-Auto vernünftig zu überqueren. Danke. Ich weiß, ich bekomme die Gold. Tutok hat so'n kleinen Schädel, der weiß doch gar nicht, wo er hinschießt. Es wäre viel cooler, wenn er auf vier Beinen gegangen wäre auf einmal, weil's so scheiße schwer ist. Ja, lol, Josch! Ich meine, wie viel euch war denn da hätte er jetzt? Wie denn? Nein, nein, nein. Tot. Gut, dann mache ich halt so, dass ich nicht sterbe. Oh, dead. Er sieht verdammt kaputt aus. Wieso? Josch. Du musst instant auf das Sprungbrett drauf. Tschüss! Josch, nein. Nein. Ich wollte nicht in deine Schale. Tschüss! Ich meine, du machst momentan das, was dir auch noch die ganze Zeit macht. Ich habe auch keinen Wald zu gestören. Was? 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 Ich wollte es sagen, im Zivildienst. Gut, dann weiss ich nicht, aber immer neu. Wow, wow! Was geht ab? Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Wo bin ich und wer ist schick? Ah, du bist alle! Du musst noch das Level davor meistern, das weisst du, gell? Ähm... Was passiert da? Anders sind es viele Ballen. Ich beobachte einfach. Der hat viele Balls. Was? Was geht ab? Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ah! Voilà! Oh Gott! Boing! 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 Du kannst sie einfach hochentieren. Ding! Hahahaha! Boing! Holy shit, Josh has triggered it! Ohohohoooooooo! Schön, okay?! WEEEE! Woah, schön, okay?! Oh, da. Mehr Ballen! Ich brauche mehr Ballen! C不会! Ich brauche mehr Ballen! Mehr Ballen! Ich brauche mehr BAU! Ich brauche mehr BAU! Ich brauche mehr BAU! Ich brauche mehr BAU! Ja, jetzt stellen wir Josch vor, wo die Jungs ist, und irgendwo in einem Bauabad drin ist, und so deine Eltern schreit, ich brauche mehr BAU! Jetzt stellen wir ja vor, wie er vor dem Spiegel steht und meint, ich brauche mehr Bälle! Du hast 22 Sekunden. Ich meine ja nur. Ja, 16. 15. Dann! Press Balls! Ich guisse, er hat einen eigenen Balls. Ja, ich stresste mich auch. Mal HIT THE FLOCK! GUMMIANTE! Musst du GUMMIANTE! Das sieht so aus! Boing! Ich sehe jetzt irgendetwas geheißen. KABAM! Ich schreit das Ding einfach in vier! Oh nee, ich möchte das Level nochmal machen! Nein! Hitze Flag! Hallo, tschüss! Hallo, tschüss! Hallo! Day by day! Oh! Oh! What? Mann, hast du grosser Balker! Ja, das sagen sie auch! Das muss ich sagen! Doin! Oh! 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 Oh, wer kennt nicht den wilden Osten, wo alles rum gebumst wird! Pfff! What the fuck! Oh, lass mich raten, ihr macht... Pff! Doin! Pfff! 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 Mann, coi du hast dass Macchinen glassesbedriffst! Pfff! Pfff! Oh, josh, ich will noch, dass du dazu, dass du dir das komische S pew ... Die Sonne ist super Jaaa, ich meine äh, jaaa 4,5, 6,8, 5,6, 7,8, 8,9, 8,9, 9,9, 9,9, 9,9, 10, 10, 10, 10. Was meinst du? Also, ich ging zum Barzatrug und da war ne Ratte drin. Da sollte ich schwimmen. Ich bringe hier ein bisschen mehr Atmosphäre in das Spiel rein. Ah, ich bleib hier da. Das sind Pferde. Guck mal, das sind überall Fässer. Das ging fast in die Bar. Ich kenn nur Barbe. Und ich einfach... Was soll ich da machen? Ich weiss nicht. Ein Mann auf dem Pferd und schiesst den Fässer ab. Das ist mein reales Leben. Gucken fass in eine Bar, meint der Bartyp. Unfassbar. Boah, boah, boah! Oh nein! Wird er schon irgendetwas Ego-Shooter-mässiges? Oh Mann, ich hab da auch Ego. Ich hätte mal ne Moe rüben gegessen, dass er der Stub Zucchini war. Rüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich kann diese Pläne so auflassen. Das ist geil! Was denn? Ich weiss nicht, einfach die ganze Kombination dieses Levels. Das ist wieder zurück! Wird, aber los, er fällt! Ich war aber auf dem Zug. Da war's windig, da war ne Kiste Oh warte, das ist ein Koffer, wow, die Koffer sind bestimmt keine Stücke drin Ne, warte mal, da ist ne Banane Nein, ich bin tot Warte mal, ich bin noch mal wieder, ich muss da vorne, weil ich muss mein Ticket abgeben Alle Giraffe, ich kenn dich, du bist Elstra, gell? Tschüss Warte mal, jetzt sind meine Klamotten, lass mich streben Scheiße, ich hab einen Schlagabfall Schlagabfall auf den Schied kriege ich Warum sind die Schiene und der Gleide, ich weiß nicht Ich muss auch mal spielen Ich hab ein Genick gefunden Warte mal, guck und ich gehst daheim Oh, da ist mein Geld Oh, ich fang noch mal von ganz hinten an Ich bin ein Pferd, guck mal ruhig, ich bin ein Fonny Gute tschüss Fonny Oh, Heike ist gut, du warst nicht Gerdrud, tschüss Schau dir an, da verreißt du Da verreißt jemand mit den Koffern Wo geht's wohl hin? Oh, mein Kollege, hallo, hallo Oh, mein Kollege, hallo, hallo Oh, der ist tot, oh, scheiße, schnell weiter Die Polizei hat mich nicht gern Oh, schau mir an, diese Giraffe Ich dachte mal, ein Kollege von mir sei ein Giraffe War er nicht War ein Pferd Ist gut Dr. Quack selber Horse on a train Yeah, no shit Oh, ich bin ein Pferd Auf dem Wagen It's a sorry, dass ich 28 Sekunden arbeite Hey, ich bin wieder Oh, ich kann fliegen, ja meine Freundin, ja Tschüss, ich bin gleich tot Guck mal, da ist der Aktenkoffer Hey Wack, hier ist die junge Kiste nachwischt Ich komme nur weiter weg an den Schiesschisten Oh ja, ich hab mal andere mitgegriffen Ich hatte mal einen Aktenkoffer in der Hand Den hab ich in den Kopf gekriegt Hey Ich hatte den Aktenkoffer in der Hand Ich habe keine Hand Hey Wack, 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 wack Wack, wack, wack Ich bin tot Ich hab mal einen Aktenkoffer geklaut Ich hab ihn abgelegt glaub er mir die schreckliche Er kam zu, gell Meine Wunder sagt Die immer Druck sind schlecht Aber Züge sind schlecht Was ist das Pferd, meinst du, oder wie? Jep! Äh, das Ding ist doch... Ich hab das Gefühl, ich krieg einfach Kisten gegen den Kopf, und dann krieg ich mir keine Kisten gegen den Kopf, und dann krieg ich mir keine Kisten gegen den Kopf. So, hey, come on. Okay, schön, ey. Schlau. Manchmal bin ich auf dem Gleis, oder bin ich auf dem Zug drauf, und dann hab ich auch immer einen Nackenkopf beim Gesicht. Ich hab das Bein verloren! Wow, auf zwei ist es wieder da, aber ich stecke immer selber innen. Manchmal esse ich mich selber von drinnen ab und stülpfe mich nach links. Ah, fuck! Ja, je, ich hab' das vorher als Geripp fast geschafft. Ich war bei einem Gehirn, und da hat mich auch bei jemandem geritten, das fand ich nicht so lustiger. Hab' ich hier getrunge? Neeeeh! Ja, dann vergehen wir von Goldfallhausen! Schöne! Save the blue giraffe. Was? Was was... TORT! Du kannst mir den einfach mit ein bisschen Neuem umgehen schlafen und dann wagt ihm das Check-Spiel? So funktioniert das nicht! Achso, ooooh! Aaaaaaah! Okay! Okay! Eisenpanz, jetzt Eisenschweiflein! TOT! Du sollst sie beschützen, nicht umnieten! Heiaaaah! Bäm! Und jetzt langsam! Jetzt lass rollen! Du musst sie ganz langsam mitnehmen! Fuuu! Hehehehehehe! Fuuu! Ich bin ein Banjo! Ich bin ein Banjo! Und ich habe eine Steife! Also spielst du gar nicht mehr? Nein! Es ist get over it! Oh, das sollten wir auch mal spielen! Nein! Oh doch! Ich bin so extrem aggressiv auf dem Spiel! Deswegen! Hat sich die Steuerung geändert? Nein! Achso! Was? Wieso? Wieso der Mensch? Wieso? Wieso Sprungbrett? Ah! 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 Was? Was? Nein! Nein! Ich bin jetzt mal an der Kiesgang! Ja! Ja! Was? Ja! 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 Dann bin ich wieder! Ich muss erstmal rein in die Bar! Aber ich habe diesmal keine Zeit für die Bar! Also muss die Bar gleich sofort wieder verlassen! Das Piano kann ich diesmal auch nicht mitnehmen! Ich bleibe bei meiner Tür liegen! Jetzt habe ich noch einen einzigen Hit! Ich muss noch einmal durch die ganzen Stühle da durchfliegen! Das fand ich nicht so geil! Aber ich bin nur knapp vom Stühle auf den Boden gefallen! Okay! Nächster Tag! Ich bin wieder stinkenbreit! Erstmal wieder in die Bar reingehen! Würde ich am liebsten was trinken! Aber ich gehe gleich wieder raus aus der Bar! Am besten nicht durch die Tür! Weil die Tür sind ja was für Lulpen! Den Pianisten kann ich heute auch nicht feuern! Ich habe mir den Kopf nämlich angestoßen! Hoffe ich mal, dass ich gut zu Horst dem Pferd komme! Da gesetzt so aus, als habe ich Schlaf verwöhnt! HÄH?! Was?! Nochmal! Was?! Free the Horses! Oh! Joni, ich habe ganz viele... Ich habe... Ich habe Helium gefressen! Helium kriege ich jetzt aber nicht hin! The fuck! Der Günther, ich kann schauen ob ich Helium herbekommen! Ich weiß nicht, ob du mich einfach höher stellen kannst! Das weiß ich ja nicht! Nee, der aber nee! Kannst du den Dialekt, den ich kann? Hallo! Du tust einfach wie Flo mit 5 oder so! Hallo Leute, ich bin auf! Blank! Aber komm, das hat sich selber zählen! Wieso zählt das nicht? Boah! Ich komme jetzt! NOOOOO! Du tust einfach wie Minecraft Timmy 32 oder irgendwie sowas! NOOOOO! OOOOOOO! Iiii! Das sieht die... ALTER! Kommt auch raus aus dem Murenloch! Für Minecraft Timmy! OOO! OOO! Ich habe mich eh gefressen! Das hat mich in die Luft gestiegen gegangen! OOO! Ich möchte etwas weniger stark schiessen, aber es jeetet mich einfach irgendwo hin! Das spiel mit dem Hing auf dem Mond! OOO! Wieso bist du jetzt zwei Kilometer weg? Weil Horst das Pferd mit dem hierhin auf den Mond gelandet ist! Jetzt gehört die Abgestürzt! Danke! Desmond der Mondbär ist von gestern, jetzt haben wir Horst das Pferd! Horst das Comedy-Pferd! Das ist Scheiss-Comedy! Nein! Das ist alles so... Desmond der Mondbär! Ende! Und jetzt sagst du... Ich bin auf dem Mond gewesen! Danke! 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 Äh, fuck! Also... Hello... Ich habe mich mal an einem Kackteel angebunden und dann habe ich auf einmal hierhin umgegessen und auf einmal bin ich weggeflogen! Wieso hat das geklappt? Keine Ahnung... Fuck! Ich geh mal zurück! Eigentlich habe ich ja jemanden, der mich reinet, aber er hielt sich die ganze Zeit mit Hilfe und ich gehe... Und sie schweben davor! Vielleicht musst du es zeitlich versuchen! Ich weiß schon gar nicht mehr, was für die Stimme ich den Typen gegeben habe! Mit dem Arsch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Unten... hast du noch was? Unten rechts! Yep! Oh ja! Oh ja! Sekalige Schwierigkeitenemann! Ja, kurze! Ah, guck mal, blääh! Ich habe mal nicht geliefert... Heeeeh! Ich habe aber auch noch mal gesehen und dann bin ich es schon mal geworden! Heeeeh! Was? Ich glaube, dass er da in einen Huf schiessen... Ich bin jetzt gar sowanne mit Huf einzuschissen rum! OK! Das Pferd. Bedenken. Was ist das Witz? Okay, und jetzt eine Hütteflap. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine Verarschung. Ich habe schon gedacht. Ja. Why is a long face? Why is a long face? Welch, wegen dem blöden Witz. Ich hätte mal nur weiss, sonst habe ich mir das Gesicht gedrückt. Auf einmal hatte ich das Handspange. What? Gut. Probier ich das nur mal. Allora, E.G. Gail. Du hast einen einzigen... Fail. Du musst du ganz sanft anstupsen. Ich wünschte, ich könnte, aber zum Teil spielt es keine Rolle, wie lange ich drücke oder so. Sag ich doch. Äh, das Ding ist... Ich habe genau gleich lange gedrückt, wie die vorderen beiden zweimal. Wirklich, zum Teil meint das Spiel easy, deine Bar geht jetzt einmal... Schwupp! Snarky-Eis. Yep, Snake-Eis. Das heißt Doppel-Eis. Aber das bekomme ich nicht hin. Ja, wie sollst du das hinbekommen? Ah, okay. Soweit zum Thema. Das kriegst du wirklich nicht hin. Das kriegst du wirklich nicht hin. Ja! Ja! Und das ganz vorsichtig anlüpseln. Ganz vorsichtig vorstoßen. Das ist... Ah, schau, Spaghetti. Was wo? Hä? Oh nein, nicht Roulette. Das ist meins. Wie wolltest du... Oh! Ich kann so viel Ball rein tun, wie ich will! Du wolltest immer Roulette mit Noten, also. Nein, ich will Blackjack und Noten. Das ist jetzt eine Verraschung. Ja, mit dem ersten Ball habe ich gereicht. Oh, ist doch was... Ich bin nicht mehr da. Ich habe mal ein Rennen gemacht und bin gegen den Zaun gelaufen. Wenn ich springe, dann mache ich immer einen halben Spagat. Das findet mein Herrchen nicht super, aber das ist egal, weil ich kann springen und ich bin ein Trottom-Täubchen. Ich bin der Helikopter. Ich habe mir so Horst in der Furius geguckt. Das fand ich ziemlich cool. Das ist direkt hinten im Abkommen. Was macht die Katze? Ich glaube, die gehört nicht dazu. Horst in der Furius. Er hat fast das kapiert. Nein, ich habe zuerst gedacht... Du sagst The Fast and The Furius, aber erst später ist mir die Idee gekommen. Und jetzt merke ich... Ah, du hast es schon gesehen. Ah! Die Katze! Die verdammte Katze! Die verdammte Katze! Die hat den verbalen Katzen gegeben. Man muss das nur noch zweimal machen. In drei Schlägen. Einmal! Tschüss! Was? Wisch was jetzt so? Das hat funktioniert. Erstaunlich gut sogar. Duuuhu! Nein! Nein! Horst beherrschte! Horst! Huah! Tschüss! Ich bin in meinem Texas unterwegs gewesen, da bin ich die Klippe runtergestützt und zum Glück hatte ich meine Holzfällausrüstung dabei. Huah! What? Ich freue mich echt auf den Zusammenschnitt, ey! Also ich habe mehr oder weniger... AAAAAAAA! AAAAAAAA! Ich kann mehr oder weniger alles brauchen! Ich kann das ganze Video einfach reinstellen! Ne, du wirst schon so ein bisschen zu sagen... Knibbeln, Knüpseln, Füppseln... Fappen! Hm... Ja! The hooks always wins! Fuck off! Ich habe mal einen Rennen gegen ein Schaf gemacht! Ich dachte, ich sei ein Hamster! If you find yourself in a hole... First thing to do is stop digging! Ich habe ein Sprichwort irgendwie gehackt... Ich habe ein Sprichwort irgendwie gehackt... Bis in einem Loch... Ich habe ein Rennen aufgeräben... F*** dich! Ah, ja... Verarschen! ... 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 Ich mach damit du da kein Copyright-Claim drauf bekommst. Uuuuh! Uuuuh! Eewww! Eewww! Pfff! Eewww! Ich kann nicht rein oder wie? Du bist gerade durchbedient von Augen. Wirst du seine Level noch gar nicht machen? Ja, es ist ein Mensch. Nicht das Mensch. Ah, okay. Fick dich. Du bist der selbe Referenz und du machst es falsch. Warum bist du einfach ein Cock'n'Ball? Ja, ich hab's auch schon. Ich hab da auch schon gewusst, so... Was bekommst du jetzt? Dangerous to go alone, fuck! Take this! Ich bin gerade rausgeschissen worden. Aber... 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 Ah! Ich lasse Augen aus der Getränkemaschine raus! Mhm! Ich finde es immer schön, wie die immer so getriggert werden. So... Ah, schau, da ist er! Eieeeeh! Ich kann schwimmen! Guck mal, ich hab Möfe! Al'al'al'al'al'al'al'al'. Das ist... ...simples Crash Bandicoot-style. Das könnte ich mit verbundeten... Ver... Heeeeh! Hast du mich vermisst? Ich hab noch ein paar Witzabflager. Guck mal, ich hab Möfe! Heeeeh! Ich bin auch wieder da! Hallo, ich hab meinen Witz für dich! Ja, den... Ich hab deinen depl... Ich hab meinen Witz verbrochen. Eaaaaaaay! Oh, ich bin jetzt den scheiß Bänder begeben muss! Huuuuh! Also du doch, dass ich helfe, ich bin nur als das Pferd, huuuuh! Pfff, du darfst mal aufgeschwindet, always. Yep! Yep! Extert so wie The Great Mighty Poo. Ah, you cursed squirrel! Look what you've done! I'm flushing, I'm flushing! Oh, what a world, what a world! Pfff! Sind das die... Credits? Seht so aus. Hahahaha! Ich hab aber nicht gelubiert, huuuuh! Ja, wieso sollte er sich umbringen? Schau dir mal an! Also du doch, dass ich helfe, ich bin nur als das Pferd, huuuuh! Nein, 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 nein!